Willkommen zu Yu-Gi-Oh!-Duelle Analysiert. In dieser Folge des Duells werden ausnahmsweise mal mehr als nur zwei Züge gespielt. Unfassbar. Marek informiert Joey, dass das Millennium-Puzzle in diesem Duell gewonnen werden muss, damit man von dessen Magie Gebrauch machen kann. Ansonsten ist es nutzlos. Bitte merken Sie sich das für später. Yogi ist dran und er zieht gleich seine fünfte Karte, was heißt, dass er eine zu viel hält. Der Effekt des Raketenkriegers lässt nach, sodass Yogi frutrückiger Schwarze Drache wieder 500 ATK erhält. Er setzt zwei Karten und spielt seinen gerade gezogenen Beta-Magnetkrieger. Yogi könnte hier ohne Probleme angreifen, macht es jedoch nicht, da er will, dass Joey den Drachen angreift, da er hofft, es könnte dabei helfen, den echten Joey zu befreien. Und warum spielst du dann Beta, du Kack-Noob? Yogi ist sich bewusst, dass für eine Rotäugige getroffen wird, er das Duell verliert, da er weniger Lebenspunkte hat, als er Differenzschaden erleiden würde. Doch er hat extra für diesen Fall die beiden Karten gesetzt. Das heißt, er wird nicht verlieren. Es macht also absolut keinen Sinn, dass er Beta gespielt hat. Joey ist dran und er zieht und spielt Panther-Krieger. Dieser kann nicht angreifen, außer man verwendet einen Tribut. Marek befiehlt den Angriff auf den Drachen mit dem Panther-Krieger. Ohne Tribut. Marek ist so schlecht in diesem Spiel, dass sogar der gedankenkontrollierte Joey beschließt, auszuhelfen, indem er stattdessen dem Raketenkrieger befiehlt, anzugreifen, und zwar Beta. Wenn Marek einfach nur zuvor den Satz, und ich verwende den Raketenkrieger als Tribut, gesagt hätte, würde der echte Joey zu spät reagieren. Marek könnte mit dem Panther den Drachen angreifen und hätte das Duell gewonnen. Also, naja, oder auch nicht. Denn Yogi aktiviert seinen gesetzten magischen Armschild, sodass nun Joys Panther 1.500 ATK aufgrund von Zermürbung verliert und zusätzliche 500 ATK wegen dem Effekt des Raketenkriegers. Yogi ist dran und der Panther erhält wieder 500 ATK. Er benutzt seinen Beta als Tribut, um Erzunterwältler von Gylfa zu beschwören. Er greift den Raketenkrieger an und zerstört diesen. Joey erhält den entsprechenden Schaden. Joey ist auch dran und er zieht den toten Kopfwürfel. Kurz darauf sehen wir wieder Yogi, welcher noch eine Karte zu viel hält. Dann spricht Marek, dass bald das Zeitlimit abgelaufen ist, er der Gewinner des Duells wird. Äh, warum? Nur weil er aktuell mehr Lebenspunkte hat? Das macht keinen Sinn, wie ich schon in Episode 2 besprochen habe. Außerdem werden dann beide in den Ozean hinabgezogen. Klar, für Marek macht es keinen Unterschied, da er körperlich nicht anwesend ist. Doch als Sieg würde ich das nun auch nicht bezeichnen. Er hat selbst gesagt, dass er gewinnen muss, damit er das Puzzle verwenden kann. Um Joey aus der Kontrolle zu holen, legt Yogi sogar noch einen krassen Rapp hin. Joey setzt seine zwei Würfel und passt. Yogi ist dran und er zieht und setzt den mystischer Blindspiegel. Hier sehen wir, dass er plötzlich nur eine Karte, mystische Scheißbox, hält. Er greift an. Doch Joey aktiviert seine zwei Würfel. Yogi verkettet das jedoch mit seinem gesetzten Fluchzerstörer. Diese Karte ist kein Kühl. Er zerstört den anmutiger Würfel. Der Totenkopf-Würfel würfelt eine 2, sodass Gilfer auf 1100 ATK fällt. Fun Fact, damit Gilfer schwächer als der Panther werden könnte, hätte er mindestens eine 5 würfeln müssen, da so Gilfer's ATK auf 440 gefallen wären. Der Panther wird zerstört und Joey erhält den Schaden. Joey ist dran und er zieht Meteor der Zerstörung. Marek freut sich, dass diese Karte ihm das Duell gewinnen wird, da sie dem Gegenspieler 1000 Schaden verpasst. Doch mal wieder hat er sich die Karte nicht komplett durchgelesen, denn sonst wüsste er, dass er die Karte nur verwenden kann, wenn der Gegenspieler mindestens 3000 LP hat. Somit ist diese Karte absolut nutzlos für ihn. Die Zeit rennt und bald fällt der Anker. Es wird spannend. Wäre doch eine Schande, wenn diese Episode jetzt vorbei wäre. Und das war's mit dieser Folge. Nächste Woche kommt das Ende des Duells und bis dahin müsst ihr leider aushalten. Ich weiß, es ist schwer. Eine ganze Woche lang müsst ihr jetzt noch durchhalten, bis zur nächsten Episode. Es tut mir so leid, aber du müsst jetzt durch. Es gibt leider keinen anderen Weg dran vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Willkommen zu dieser Folge, Yu-Gi-Oh!-Duelle analysiert. Die letzte Woche muss bestimmt echt schwer gewesen sein, und musste die ganze Zeit ausharren, wie dieses epische Duell endlich seinen Abschluss findet. Aber ihr habt's geschafft. Ihr habt durchgehalten. Die Woche ist geschafft. Und wir fangen an. Jui ist also dran und spielt den Meteor der Zerstörung. Obwohl er das eigentlich nicht machen dürfte. Yu-Gi aktiviert seine Fallenkarte, Mystischer Blendspiegel, sodass der Effekt nun auf den Gegenspieler geleitet wird. Sodass nun Jui die 1000 Schaden erhält. Und ich wähle mich selbst das Ziel. Hoho! So blieb wie Mickey Mouse. Äh, wow, Yu-Gi, bist du dumm. Zur Erklärung. Er macht das, damit er das Duell verliert und in den Ozean hinabgezogen wird, statt Jui. Aber warum aktiviert er die Karte? Wenn er einfach nichts machen würde, würde der Meteor ihn auch so treffen, ohne dass zig Regeln gebrochen werden oder Dummheiten vollbracht werden müssen. Ich meine, welchen Sinn hat das? Sag auf Nimmerwiedersehen. Piu! Nicht so schnell! Ich benutze meine magischen Fähigkeiten, um mich vor deiner Kugel zu schützen. Oho! Und nun, da ich mein Leben gerettet habe, bringe ich mich um. Piu! 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 Yu-Gi erhält 1000 Schaden und verliert das Duell. Und das war's mit diesem Duell. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Zug. Doch, das bist du. Das Duell ist vorbei. Nein! Ich benutze den zweiten Effekt vom Meteor. Der Meteor hat keinen zweiten Effekt. Und ich zwinge den Rotögen, mich anzugreifen. Du kannst einem gegnerischen Monster nicht befehlen, dich anzugreifen. Du hast dir das alles gerade komplett ausgedacht, richtig? Ja! Jui erhält 900 Schaden, sodass er das Duell ebenfalls verliert. Moment! Jui hatte doch 1100 Lebenspunkte. Wie kann Jui jetzt also verlieren? Ich kostet 500 Lebenspunkte, die Meteor der Zerstörung zu verwenden. Das hast du dir ebenfalls ausgedacht, nicht wahr? Ja! Und das war's. Endlich mit diesem Duell. Und die nächste Episode kommt bei 120 Abonnenten. Boah, diese Zahl ist so groß. Aber ja, ich steppe jetzt das Level ab. Ich war ja vorher in 5er Schritten unterwegs, also immer 5er Abonnenten mehr zur nächsten Folge. Jetzt mach ich ein bisschen mit 10 Abonnenten. Also, 120 Abonnenten, dann kommt die nächste Folge. Also schon abonnieren. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr auch gleich ein Like und eine Glocke da lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüff. Grabe, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020